Halli, hallo, hallöchen, da ist wieder eure Obstgruppe und mit Human Fall Fletch, was, hallo? Komm ins Licht, komm ins Licht! Jenny, komm, wir gehen, komm, wir gehen. Wir gehen, ja, komm, wir gehen. Oh, was war die alleine? Das ist meine Frau! Oh, ich bin im Wasser gelacht! Ich bin an den Schultern! Ja, ja, und sie bückt sich, ja, ja, mhm. Ich will mir noch nur, ich bin in meiner stillen Ecke. Ah! Ja, ich zieh dich jetzt ins Licht. Komm Jenny, wir gehen. Oh Gott, das geht mir besser, dankeschön, ich bin überhaupt nicht mehr deprimiert, juhu! Ich mein, ich find diese, diese Spiegelung bei dem Eis, oder dieses Durchschneiden bei dem Eis, find ich ja zu geil. Äh, lass sie bitte im, äh, aus der Sonne packen, aus der Sonne packen! Oh, jetzt hab ich's verstanden, ja, ist ja gut. Hilfe, schmilzt. 5! Sie hat, sie war doch nicht dabei, als wir gerade rumgespielt haben. Das war jetzt einfach das Offensichtliche, dass ich das gesehen hab. Es sieht so gut aus mit diesem Eis. Hilfe, rückwärts! Äh? So. So. Hui! Alle gleichzeitig wieder läuft. Nein, ich warte. Au! Au! Die schubsen da hinten! Du stehst doch nicht im Weg, ich bin, äh, Schwerlast hat Vorrang. Ich stehe ganz links, das ist was Witze von mir. Schwerlast hat Vorrang? Würdest du etwa sagen, du bist fett? Mit dem Eisklotz in der Hand, definitiv! Nächste Eisklötze! Jenny ist in den Fluss gesprungen, ne? Ne, doch nicht. Nein. Ich dachte, Schatz, du bist zu dick. Wir müssen einschmelzen! Ey, wieso komm ich jetzt nicht wieder zurück? Achso, deswegen, wegen Jenny. Warte, wir müssen... Ne, geht ja nicht. Ah, warte! Ich, ich, ähm... Jenny, hier ist noch ein anderer... Was mache ich hier? Was mache ich hier? Das frage ich mich gerade. Ich dachte, das wird nicht passen. So, ein bisschen anschmelzen. Äh, warum kommt von der Breite nicht, oder was? Ne. Deswegen hatte ich gerade überlegt, dass wir ein bisschen schmelzen, damit der schmaler wird. Ne, das wird nichts. Ich versuche gerade eigentlich in die andere Richtung zu laufen, aber... Schmelz, 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 schmelz. Okay, okay, okay. Müssen wir den jetzt nicht hochkacken? Genau. Schmelz, 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 reicht schon hier. Äh, ja, hat funktioniert. Mhm. Ich sehe nur nichts. Ja, hochkant, quer, ist es... Aber was? Ich sehe nur nichts. Hilfe ich auch nicht! Ah! Jetzt, jetzt! Warte, ich komme mal von der anderen Seite und dann kann ich sonst ziehen. Achso, Jenny hat... Sie kommt von der anderen Seite. Nur ganz vorsichtig wegen der Sonne jetzt, ne? Ja. Bom! Und rum? Eh? Mhm. Jan, warte mal. So, jetzt. Ist das bei euch? Ja, die sind da. Die klettern schon hoch. Oh! Ich habe ihn erstmal nochmal ger... Äh, Hand? Hallo? Oh! Ja! Komm, ich halte ihn fest. Hm... Jan, sag! Ist das super zu geil? Ah, schön! Meine Hand hat überall hingepackt, aber nicht da, wo sie sollte. Ah, ja! Oh! Ähm... Und ich habe kein Video an, ich kann es nicht beweisen. Stell dich nochmal nochmal ganz dicht dran, dann kippt der nicht so schnell. Er hat es schon geschafft. Er hat es schon geschafft. Entschuldigung! Kommen die Eiswürfel wieder, wenn die weggeschmolzen sind, aber man die noch braucht? Ja. Okay, dann teste ich mal was. Entschuldigung. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Oh, bin ich richtig rauf. Sag mal. Sag mal. Lol. Ich schiebe es an die Wand und an den Mini-Ritz komme ich da jetzt... Mhm. Alles gut. Mhm. Ich kenne ihn noch ein bisschen ab. Hä? Wir sagen gerade eben, klappt ja das doch wunderbar. Ich glaube, du bist nicht weit genug, oder? Doch jetzt. Okay, der schmilzt da drunter, aber viel langsamer, ne? Das heißt, zieh das nochmal. Ah. Ja, genau, okay. Ähm. Achso. Okay. Hast du die Pirouette gesehen? Okay, und jetzt laufen. Laufen, 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 laufen. Lauf, 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 lauf. Oh! Gut. Hinter mir war das Jenny. Ich habe nur aus dem Augenwinkel was gesehen und dachte kurz... Ah! Ich habe nicht gesehen, dass es da plötzlich runter geht. Und woher? Ich stelle mich da mal hin, ne? Zieh, 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 zieh. Ach, okay. Ja, lauf, 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 lauf. Ja, das wird schon nichts mehr. Warum bin ich da jetzt runtergeplumpst? Wir haben auch wieder... Und der nächste. Wofür brauchen wir gerade denn den Block? Wir kommen sonst da drüben nicht, äh... Nicht rauf! Worauf? Okay Jenny? Ja? Und? Los geht's. Du warst zu langsam. Warte, lass mich noch zu Ende schmelzen. Wo kommen wir nicht rauf? Da drüben auch, wo das X... Das X markiert den Punkt. Ähm, und warum springen wir nicht von hier oben, wo ich bin? Geht das? Hier liegen Bretter, die man rüberlegen könnte. Wo bist du? Oh, wie bist du? Au! Oh, Bretter, die man rüberlegen kann. Da braucht man vielleicht das Ding gar nicht... Ah! Plopp! Weißt du, wir mühen uns hier ab. Ich... Ja! Deswegen war ich so... Was? Wie? Wo? Aber warum legst du die Bretter rüber? Warum läufst du nicht einfach rüber hier? Das meinte ich ja... Damit wir den Eiswürfel da rüber kriegen. Das hab ich nämlich auch überlegt bekommen. Ah, das passt auch gar nicht. Also hier gibt's unterschiedlich lange Bretter. Das ist hier das längste. Das schmalste war das längste. Warte... Ah, ich muss mehr da laufen. Warte... Schatz! Arsch weg! Kopf weg! Das war mein Kopf, nicht mein Arsch! Ist mir jetzt gerade egal? So, warte mal. Ich sehe nichts mit der Kamera. Moment, ich muss kurz mal von außen ran. Ähm... Ja. Das Gitter bewegt sich. Das ist manchmal verwirrend. Mhm! Wieso? Na, ist egal. Ähm... Ähm... Warum läuft man da nicht mehr? Glaub nicht, dass das reicht. Das wird ja wohl gar nicht. Tatsächlich. Ah, müssen wir vielleicht... Warte mal. Leg das doch erstmal da über den Spalt rüber. Ja, warte... Ich... Ja, aber wenn wir den Eisblock quasi geschützter rüberbringen wollen... Ah... Gecheckt, Robert... Oh! Ach so! Hat keiner gesehen! Lalalalalalalalalala! Ja, warte, dann schmeiß ich das mal runter, ne? Ja! Ja, danke! Stimmt! Wobei, warte mal! Ich hab mal gecheckt, was du... Was du... Was du möchtest. Oh! Ja, ja. Ja, aber oben liegen sie auch schon. Aber ja. Okay, es funktioniert nicht, dass das Brett drauf bleibt. Schade. Aber oben liegt Jenny gerade auf das Gitter was drauf. Ja, ja, aber ich wollte dein Brett... Nutzen und nicht jetzt runterschmeißen einfach. Entschuldigung. Aber warte mal, stopp, da ist ein Fluss, ne? Mhm. Ja. Ich dachte, das wäre der Abgrund. Ist es wiedergekommen? Äh... Doch? Das Längliche? Ach so, das Längliche, äh... Da oben steht noch eins, oder? Ja. Es waren vier. Es waren ursprünglich vier. Dann nicht. Okay. Scheiße. Boah, was soll das denn? Warum respawn das nicht, wenn es im Bach liegt? Super, ich komm nicht mal mehr dran. Und tschüss. Ja, du oder das Ding? Äh, ich. Ich mach mal mit den Abschnitten nochmal neu starten. Na. Ach, das kriegen wir doch auch mit den Brettern hin. Warum? Was wollt ihr denn mit dem langen Brett? Einfach mit abdecken, wie du das jetzt auch schon gemacht hast. Dass wir halt eine größere Fläche halt auch haben. Ach so. Ich weiß halt nicht, ob wir das noch dichter machen sollten. Wenn wir halt komplett Schatten haben, schmilzt das halt gar nicht, ne? Ist das nicht gut? Ja. Deswegen wollte ich ja, dass wir es dichter machen. Bin ich verwirrt. Weil ich muss kurz umfassen. Äh... Fällt mir zu. Wieso? Ich hab hier doch noch eins. Ich wollte helfen kommen, sonst... Ach so. Warte mal, stopp doch mal. Ich seh dich ja nicht mal. Warte. Ich wollt so sagen, bevor ihr da nochmal runterfallt, zieht doch das Ganze hier rüber. Dann muss man da nicht über so einen schmalen Grat laufen. Ich warte jetzt. Gut, dann zieh's rüber. Ich hab jetzt Sorge, dass jetzt noch eins runterfällt. Hab's. Drauf. Ich lass machen, das sind sonst zu viele Köche. Droglbecher! Äh, warte mal was. Droglbecher? Droglbecher! Droglbecher, Droglbecher, Droglbecher! 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 Gesundheit, was redet ihr da? Droglbecher! 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 Okay, ich weiß wie die Folge bei mir heißt. Droglbecher, Droglbecher, Droglbecher! 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 Titel! Zweite Folge! Das ist, das kennt man nur, wenn man vielleicht den... Warte mal, wie heißt das? Das ist, äh, Harveys neue Augen. Ist auch bei Deponia. Ist es auch? Okay, gut. Dippo, ich hab jetzt... Warte mal kurz. Lief das Let's Play, nämlich, ähm... Das sieht sehr gut aus, was ihr da macht. Ich glaub, das reicht. Ich wollte event... Ja, okay, wir versuchen's mit der Mitte. Zieh uns mal rüber, Jenny. Boing! Aua! Oh, hängt da sein... ...sein Stock in meinem Genick. Ja, genau, das hab ich... Äh, soll ich den Würfel nehmen? Ja! Warte mal, wir müssen... Warte mal, wir müssen... Ziehen. Und da müssen wir die Platten gleich umlegen. Ne. Ist der gesichert, der Eislock? Sehr gut. Ja. Gut. Wir haben, glaub ich, kaum Höhe verloren, oder gar keine. Nicht wirklich, ne? Das war ja der Plan. Ja, wir hatten dann ganz am Anfang und am Ende so ein Stückchen Luft, da hatte ich so die Sorge... ...aber es hat wohl gereicht. Ja. Alter, diese blöde Kante! Ich lass mich verhalten. Tschüss, Nadine. Ich halt das hier mal fest, dass das nicht immer wegrutscht. Mhm. Eigentlich müsste das... Ich glaub, das steht sogar in Sicherheit, ne? Ja. Das Ding ist, nur die... Diese... Diese Holzpfosten, die dazwischen sind, an denen hake ich immer mit dem Brett fest. Das ist echt... Deswegen hab ich da grad eben lieber losgelassen, wo das Brett weg ist. So rumliegen, ne? Ja, warte mal kurz. Dass eine Linie entsteht, oder? Ja, das war so die Idee gerade. Ähm. Ach, ich krieg auf nix mehr gegriffen. Warte. Ach so, warte mal. Au! Ach da! Hi, guten Tag. Ähm. Sage mal. Ich und diese Kanten, ne? Brauchst du etwa den Kantenmaler? Ja, bitte. Ich brauch den heiligen Kantenmaler. Ähm. Hi. Hi. Okay, jetzt kann ich loslassen. Hm. Hm. Hm? Hm? Oh, ich guck mal. Ach so. Da riecht jetzt irgendwas. Ah! Das Problem ist, der Spalt ist so breit im Verhältnis zu den Brettern. Stimmt, das Längliche. Aber ich glaub, wir könnten ja trotzdem, wenn er in der Höhe schmilze wieder hoch kann, stellen da das Ministück, oder? Theoretisch sollte das gehen. Ich muss mich grad mal umpositionieren. Was sagten der Schatten da unten? Oh, ich hasse das. Ich hab beide Ecken fest. Warum krieg ich das Ende nicht gedreht? Physik funktioniert normalerweise so. Hebel. Aber für sie gibt's noch ein Arschloch. Hm, hm, hm. Hm. So, Jan, jetzt. Das lag eigentlich, das liegt eigentlich gut, Robert. Ich will noch ein Stückchen. Wir können das hintere Brett noch weiter nach vorne ziehen. Ich würde eher versuchen, mit dem Brett, was Robert jetzt hat, nach vorne durchzukommen. Ja, nee. Ich überlege, diese Lücke ein bisschen zu lassen. Das Risiko der Lücke einzugehen. Ja. Warte kurz. Ich versuch nur noch den ein bisschen. Aha. Moment. Das Problem ist, ich kann den gerade nicht gerade schieben. Ich probier's jetzt einfach. Warte kurz. Jetzt sieht's eigentlich gut aus. Aber Robert probiert noch rum. Ich hab jetzt gerade nix mehr gemacht. Achso. Weil Jenny sagte, sie wollte losrennen. Ja, jetzt. Renn, 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 renn. Top, top, top. Juhu. Sehr schön. Boah, alleine muss das ja die Hölle sein. Ja. Ist ein Zeitfaktor, würde ich sagen. Einfach nur. Haha. Quer hängen oder ein bisschen höher hat er, glaube ich, eingebüßt, ne? Ja. Oh, Jan kommt hoch. Ähm, ich... Was ist mit meinem Bein los hier? Hallo, Hilfe! Danke. Ähm. Oh, ich hasse das. Hallo, Arm. Das ist, äh... Ja, was denn? Hallo, Arm. Bist du der Arm? Ich kann dir einen Arm geben. Hektar! Hi. Hektar! Oh, ich hab in den Rock ge... Oh Gott, ich sag noch Hektar. Ich hab in den Rock geguckt. Ich warte jetzt hier. Ich mach's einfacher. Plock. Ähm. Hm. Ähm. Ähm. Mist. Ähm. Jenny, was machst du denn da? Weiß ich noch nicht. Ach so, da unten. Ich dachte, du wärst abge... Hm? Schmeiß mich nicht hier schon wieder runter. Also, ich geh mal nach hier unten. Mal gucken, was hier so ist. Hallo, Robert! Was ist, wenn das neben mir nicht springt? Es rutsch ich hier irgendwie. Ja. Guck mal, ich... Bewegt sich ohne sich zu bewegen. Hm. Shit. Tschüss, Jan. Oh. Geht's? Warte. Ja. Da oben hängt ne Kette. Ja. Aber ich glaub, das ist noch nicht der Punkt, wo man rauf muss. Kann man die abbrechen? Da war ein Spalt? Ja. Was meinst du, Nadine? Kann man die Spitzen abbrechen? Ach so. Ach so, ja warte mal, ich probier mal kurz was. Das war so ne Idee. Im Moment von... Ich hab nur das Gefühl, ich hab so ne... Ich mein, der springt gerade nicht. Tito. Also, ich hab so auch die ganze Zeit, dass der nicht richtig springt. Vorsicht. Au! Ich stürze! Ne, ich stürze. Das Schild hat mich gehalten. Seid ihr jetzt durch? Nein, nein, nein. Wir sind alle hier. Okay. Ja, deswegen hier komm ich jetzt vom Schild weg, weil hier mich alle kaputt läuft, gefühlt. Ja. Ja, das war so die... Today is my day. Ach, leck mich. Nein. Ich dachte grad, Jenny, du hängst da drunter fest. Ne, zum Glück nicht. Robert hat's geschafft. Ja. Ja, Jenny war... Wie habt ihr die drunter gekriegt? Ich hab mich drangehangen und dann hab ich ein bisschen gewiggelt. Wiggelt. 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 Ja, ja. Warte, ich mach das Ganze auch nochmal mit dem Ander... Okay, Robert, schneller. Ich dachte, ich will auch mal was... Ja, alles gut. ...sinnvolles in dieser Folge erreichen. Was denn? Upsala. Und dann... Hopp! Ja! Oh nein, nicht schon wieder Eiswürfel. Ich will das nicht. Gegenab! Oh, ein Schneemann! Oh, Mann. Do you wanna be the snowman? Okay, das wird nicht... Ich will den Hut aufsetzen! Warte mal, warte mal. Soll ich dir helfen? Oh mein Gott, müssen wir... Man kann den nicht aufsetzen. Oh, das sah... ...dürfen wir gleich zu raus. Warte mal, warum... ...haben wir hier das Gleichgewichts-Ding? Mhm. Hier sind wir wieder am Anfang. Äh, Jenny, kannst du dich nochmal dranhängen? Ja. Äh, hier auf der Seite? Oh mein Gott, nice. Ähm. Komm, ich bin schwer. Ich hänge. Jan. Hm? Ähm. Magst du mal... Hm. Geh mal zu Robert, bitte, und häng dich mal mit da dran. Ja, 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 ja. Mach ich. Hä? Ich konnte mich nicht festhalten. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Hm. Jetzt müsstest du wieder hochkommen. Äh. Verdammt, ich hab nicht... Äh. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jenny, weil wir nicht dran kommen mehr. Oh. Warte, wenn ich springe... Warte, ich... Ich muss das mal hoch. Ja, genau. Jetzt, jetzt. Jetzt bin ich dran. Okay. Kannst loslassen, Jan. Ich steh dran. Ah. Okay, ich guck mal, ob ich hier was Hilfreiches finde. Ja? Das... Ich weiß nicht, ob man da hinten weiterkommt, aber hier könnte man mit einem Eisblock auch weiterkommen. Also, nur so als Info. Hm. Äh, Jan, bleibst du mal kurz hier drauf stehen? Oh, äh, wieso bewegt der sich schon wieder? Das ist, wenn du dich umguckst. Dann bewegt er sich. Hm, 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 hm. Kein Eis-Eis-Baby. Hm. Ich glaub, hier oben geht's einfach nur weiter. Ja, hab ich so im Gefühl. War der Eismann, äh, der Schneemann fertig gebaut und ihr habt ihn auseinandergenommen, oder? Ja. Ja. Ah, okay. Nicht, dass wir an ihm zusammen... Okay, Katrona, genial. Darum ging's mir. Hast du auch gesehen, was ich meinte, ne? Mhm. Oh Gott! Ich krieg das Snowboard nicht mehr ab. Also, hier braucht man beide Eiswürfel. Mhm. Da unten sind nochmal Eiswürfel, Nadine, ne? Das sind die vom Start. Achso. Wo bist du denn jetzt hin, Jenny? Bist du nicht wieder runtergegangen in den Weg? Deswegen hab ich grad... Ich versuch grad erst mal wieder hochzukommen, ja. Yay! Nadine sitzt auch, äh, hoch, oder? Ich guck gleich. Ich überleg noch, ob man hier auch hoch kann irgendwie mit dem Eiswürfel. Natürlich, klar, hier ist Sonne, der schmilzt weg. Ja, aber du brauchst hier beide Eiswürfel. Kann man euch irgendwie noch helfen? Hm. Oh ja, jetzt hast du... Brauch mal ein Gestück von gerade eben zurück. Hm. Alles gut, Nadine. Okay. Der pendelt sich wieder richtig aus. Guck mal, der hat eigentlich den Baum mitgenommen. Juhu! Yay! Oh Gott! Schreikrampf. Die Ecke ist richtig scheiße, find ich. Okay, äh... Weil du siehst da teilweise auch nichts. Und beim Drehen rutscht man wieder runter. Und wie komm ich jetzt aus von diesen... Aua! Hey, Jenny! Nein, 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 nein! Amo! Ja, warte, ich will noch ein Stück zurück. Guck mal, guck mal, guck mal, Jenny! Ja. Oh. Wartet ihr mal bitte ganz kurz. Ja. Erstmal will ich A, auch das Rutschding hier machen. Und, äh... Und, äh... Ich meine, ihr habt schon ein Safe Point, aber... No, bleib hier! Und tschüss. Was denn? Jenny, kommst du wieder runter? Mein Brot ab. Ja. Bleib jetzt hier stehen. Ich bleib genau hier stehen, ja. Nadine, hier. Ich mach, danke. Könnte... Oder willst du zu zweit runter? Jeder eins? Ich wollte... Ich hab dir das doch nur hingelegt. Komm, Kinder, go, go, go! Mano! Das ist gar nicht so einfach, weil die wegrutschen, ne? Mhm. Was? Sie rutschen weg. Geronimo! Oh! Mit Style! Ja, das Problem ist, jetzt spart man halt hier wieder, ne? Mhm. Ja, ihr habt schon zwei neue Safe Points freigeschaltet. Das heißt, man kann ja sie nochmal runterrutschen. Mhm. Ja, Nadine. Ja, ja, sehr schön. Ich wollte eigentlich an der Seite runter, über so einen Hüpfchen. Äh... Boi! Nadine, so ein Snowboard ist eigentlich für die Füße. Ja, ich ja auch! Und dann... Ich hab mich aber auch festgehalten und draufgelegt. Ja. Ja. Okay. Die Füße rasten sogar ein auf den schwarzen Punkten. Das hat bei mir... Achso, weil ich den immer in der Hand hatte, hab ich's nicht gesehen. Bei mir auch nicht. Ich war ja mit den Füßen drauf. Ich will nochmal! Ich bin noch... Ich kann nochmal... Warte. Das dauert nur eine Stunde hier. Macht ruhig weiter. Aber... Okay. Ich weiß ja gar nicht weiter, womit. Die sind auf jeden Fall wieder so Hebeldinger. Ja. Mach sie doch mal auf mich, bitte. Wir gucken doch nur! Ja, und das doch dazu! Wie komm ich jetzt hier hoch? Achso. Bäh. Hm. Hm. Oh. Tschüss! Achso, tiefer geht's nicht. Hä? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ach, jetzt hab ich's gesehen. Ich hab gedacht, wieso sind die beiden Stapel jetzt größer geworden? Hm. Wow, ein Fuß ist eingerastet, aber der andere... Okay, warte, ich geh nochmal runter. Achso, ich wollte... Ich dachte, du wolltest hoch. Hm. Achso, ich wollte... Ich dachte, du wolltest dich hochziehen. Okay, äh... Nee, nee, ich wollte euch hochbringen. Okay, dann... Äh? Ich geh mal rauf. Oh Gott. Kommst du da noch dran? Ja, das funktioniert nicht, Jan. Ich hatte guten Schwung und dann lag da irgendwie so ein Snowboard im Weg. Pong. Krass, jetzt... Ich höre gerade Nadine aus dem Zimmer. Yeah! Woohoo! Yeah! Und jetzt kommt nichts davon an. Immer wenn du zu laut bist, Schatz. Immer wenn du zu laut bist. Wohin war ich leise? Du hast gesagt, man hat mich nicht gehört. Ja, zwischendurch jetzt. Okay. Schnauze da hinten! Ich hab mir die Schnauze voll. Jan, nein! Achso, du musst ja runter, ne? So. Mach ich. Ja. Robert! Robert, komm zurück! Lass mich nicht alleine! Schatz, du bist in the way. Danke! Robert! Warte! Ich halte dich! Du rutscht! Nein! Doch, du bist gerutscht an mir! Bin oben! Oh Gott, hier ist noch mehr davon! Ah! Warte! Ich hab die Idee! Ich hab ne Idee! Ähm! Jenny, du kannst die Steine benutzen! Die Steine auch! Achso! Aber! Okay! Okay! Na ja, okay. Mhm. Ah! Magst du mal... Du kannst ja das hinten hochjumpen, glaub ich. Ja. Und dann müsstest du endlich auf das Haus raufkommen. Auf dem Haus ist auch noch so ein Ding, deswegen bleib ich mal kurz hier unten. Okay. Falls wir den noch irgendwie bewegen müssen. Hallo! Hallo! Warte mal, jetzt hab ich... Ja, tatsächlich, muss der auch noch mal runter. Oh, warte doch! Warte, ich geh runter. Ja, ja, ich geh mal runter. Ich geh mal kurz die Kiste. Okay. Na dir, geh noch mal nach oben, bitte. Wo oben? Hier zu uns. Ja, über den anderen Fahrstuhl, genau. Auf den Steinhauen. Ich war grad auf dem anderen Ding oben. Komplett vorbeigesprungen. Entschuldig, dass ich jetzt noch erkunde, weil ich hinterher hingehe. Äh, kannst du, Robert, vielleicht die Kiste mal... Ah ne, wenn... Ne, ich mach das schon. Okay, 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 okay. Ich will die nur runternehmen, dann muss halt... Müssen halt alle oben sein. Warte. Hier oben. So. Soll ich mich mal raufschmeißen, ob das andere oder... Warte mal kurz. Okay. Ich zieh das jetzt erst runter. Hoppala, ich bin runtergefallen. Ihr Tackert, das Ding. Okay. Ach so. Hier ist nix drin. Ich komm hier nicht hoch, ich bin zu blöd dazu. Hast du gesagt. Irgendwie fehlt mir ne Kiste hier drüben. Möchtest du eine haben? Hier oben ist noch eine. Ist eine über? Ne, übrig nicht. Übrig nicht. Was ist mit dem Brett da oben? Welchen Brett? Hinter dir, Nadine. Kommt man da oben? Äh. Warte, da hinten war ein Haufen. Moment. Kommt man da hoch? Äh. Äh. Von dem Haufen nicht. Da muss hier die Kiste runter. Ah, warte mal. Warte kurz, Jan. Warte doch, bis sich das Ding auspendelt. Bevor du sprängst. Ja, okay. Das ist mein Fehler, ja. Ich bleib mal drauf stehen, denn pendelt das nicht so extrem. Hm. Hatte ich das übrigens erzielt? Mein Erlebnis mit dem Bestellen einer aktuell sehr stark vergriffenen Grafikkarte. Erzähl. Hm. Weiß nicht, ob es da... Alter. Ähm. Ja, die Karte war bestellbar. Man wagt es kaum zu glauben. Für exakt zwei Stunden. Ja. Für 250 Euro mehr als die UVP ist. Ja, gut. Die Karte, die so 750 Euro kosten soll, war dann auf einmal beim Tausender offiziell beim Händler gelistet. Schön. Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Aber ganz im Ernst. Und die verkaufen ja nicht nur eine Karte. Ich geh mal davon aus, so zwei, drei, vier, fünfhundert Stück haben die wohl bekommen. Und dann verchecken die die Karte so 200 Euro mehr als die eigentlich... Ähm. Ne? Jan, kriegst du das Brett? Ich stelle mich mal hinten rauf, weil es bewegt sich. Sekunde. Ähm. Und jetzt über... Äh, das war nicht so doof. Äh, jetzt überdicht mal, was die dann Geld verdient haben damit. So zusätzlich. Mh. Ja. Angebot und Nachfrage. Zunächst mal Angebot und Nachfrage, ne? Willkommen im Kapitalismus. Ja. Ja. So. Schon hier ein Brett. Brett kommt mit. Brett? Ja, ein harten Brett vorm Kopf. Das wissen wir doch. Ähm. 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 Ja, die haben wir hinten noch nicht. Was denn? Können wir den Dingerecht mal runterlassen, dass ich da draufkomme? Ich weiß, was du willst. Aber wenn du... Mit anderen Leuten musst du vielleicht ein bisschen genauer sein. Also, ich hatte eigentlich gedacht, dass das Brett ist, um mich hochzuholen. Ja, ich wollte gerade sagen, Robert brauchte doch das Brett. Achso. Ich warte da eigentlich die ganze Zeit. Achso. Ich hab das nicht geschnitten, dass du da unten bist. Ja. Das ist ja das Problem. Ja, manchmal verzweifle ich an deinem Intellekt. Ein sogenannter Fachidiot. Oh. So wie wir alle. Mit mir redet doch keiner hier. Ah, das liegt bestimmt alles nur in Corona. Mhm. Klar. So, jetzt kann ich... Jetzt hab ich wieder alles. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja, brav. Sehr schön. So, jetzt ein Stück nach vorne. Lass einfach. Robert kann ranspringen. Dann springen. Ich hab nur Sorge, dass ihr... Achso, du meinst... Achso, meinst du das? Oder nicht? Ja doch, ich denke, das sollte gehen. Wenn das von einem Hebel her funktioniert? Nicht, wenn ich es jetzt... Oh Leute. Entschuldigung, es kann sein, dass das durch mich war, weil ich mich mit der Maus mich bewegt hab. Achtung, wir haben. Sag an. Oh, okay. Hängt ein Robert hier dran. Nein, nein, nein. Habt ihr's? Nein, 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 nein. Jenny, Hilfe. Hast du's, Nadine? Ja, ich hab's. Ich hüpfe hier wie eine Bekloppte. So, wo ist es? Ich lass los. Ich fass es jetzt nicht mehr an. Robert, wenn du so weit hochläufst, wie du kannst und dich dann festhältst, können die dich dann nicht mit dem Brett hochziehen zu zweit? Ich versuch's gerade. So, jetzt. Warte, wer hab ich? Nee, nee, das reicht nicht. Das ist zu tief. Oder? Um dich hochzuziehen, meinst du? Ich vom Hebel her. Ja. Ja. Warte mal, ich probier's nochmal. Ach, Jan! Und ich mal möchte dich rüberlaufen. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin abgerutscht. Himmelhackerns Willen. Und Liebe und Frieden und so. Warum greift der denn jetzt nicht mehr zu? Mann, ich bin so weit oben und dann packt der nicht. Und wenn du vom Stein... Jetzt aber. Warte. Ich helfe. Oh, ich hab nur... Warte, wo zieht. Oh, Jenny! Jenny! Oh, warte, ich will auch. Ziiiit! Wenn ich jetzt zu euch da runterkomme... Warte mal, kleiner Tipp. Packt mal das Brett oben an. Und guckt dann nach unten. Das sagst du so einfach. Warte. Warte. Ja? Äh, Schatz, könntest du mal bitte an mir ziehen? Und jetzt müsstet ihr doch eigentlich... Das sieht richtig aus. Wenn ihr auf den Boden ankommen... Warte. In der Luft schweben, bitte Füße. Warte. Warte. Ah! Diese Steuerung, die laggt heute. Das... Ich krieg hier noch cholerische. Ich lass... Lass mal los. Ich lass los. Können wir es nicht auch einfach aus Stein Ding drauf? Oder so? Wir können es probieren. Warte mal, ja. Ich hab's hier noch. Oh, warte. Ihr müsst ein Stück zu euch. Es hängt hier ein bisschen. Wir wickeln! So, jetzt. Haas, komm. So, und jetzt lag ganz lang so ein Stück nach vorne. Warte mal. Entschuldigung. Jenny steht drauf. Ist zu hoch. Ich weiß nicht... So, ich kann mal... Das reicht vom Druck her nicht. Warte mal. Lass mal los jetzt. Also vorsichtig. Ich hab's. Ja, lass los. Lass los. So. Willkommen. Komm hoch. Jetzt... Jetzt haltet es aber nochmal fest. Nur festhalten. Nicht bewegen. Ja. Yeah. Weißt du, wie machen sie denn die Wege arbeiten? Er läuft da einfach hoch. Wir räumen sogar hinter uns auf, damit uns keiner verfolgen kann. Da rutscht mir glatt das Kissen vom Stuhl. So. Hui. Ey. Und immer daran denken, Jan. Warten, bis er sich wieder ausgependelt hat. Ja, das hab ich jetzt gelernt. Warten sie, wie lange. Oh. Schnauze auf den billigen Plätzen. So. Warum redest du dann mit uns, Jan? Ich bin... Weil dir zu schnell gefrustet. Was? Gerade deswegen wollte ich eng bleiben. Was? Jan, du bist zu schwer. Ja. Warte. Immer auf die kleinen Dicken. Du hast einen super Service gerade hier. Dankeschön. Ich schmeiß mich gleich übers... Wer ist? Genau. Wo bist du? Ich begehe selbstmord! Jan, zieh mich hoch! Warte. Krieg ich dich. Ich hab dich. Äh, das war ne ganz doofe Idee. Äh. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Das war ne ganz doofe Idee. Das war ne ganz doofe Idee. Achso, da oben meinst du das? Ach. Ich versuch uns nicht hochziehen. Ich versuch uns hochziehen. Nein! Lass mich los! Ohne mich kannst du's schaffen! Dann kann ich jetzt eigentlich nur... Hier. Ja, ich krieg Nackenschmerzen. Lass los! Ich pendel hier mal so rum. Hui. Warte, vielleicht kann ich dich hier hoch pendeln. Oh ja! Warte. Hui. Hui. Warte, noch einer noch? Ja? Und... Jetzt! Ne. Schade. Oh, das wär schön gewesen. Aber sah gut aus. Oh ja. Alles gut, ich halt's gerade. Okay, dann können wir hoch. Hast mich schon gewundert. Was zum... Ah! Was macht der... Was... Kannst du den Kopf irgendwie hoch strecken oder so? Er zieht sich leider nicht, warte mal. Hast du mich? Ja. Ich weiß nicht, warum der so komisch... Ich hab nichts mehr fest, ne? Jetzt! Nadine? Doch, jetzt brauchen wir einen neuen Spielpunkt. Nadine kommt nicht ohne... Weil ich das Brett weggenommen hab. Jenny, der alte Stiernacken hier. Ich dann. Jetzt kann Nadine sich nochmal umbringen. Okay. Stirb für das Team! Da würde er sagen... Wie ist meine Figur denn hier? Ich würde auch sagen... Ich würde auch sagen... Oh. Wir beenden dann mal die Folge. Au! Au! Was? Gut, dann bedanke ich euch... Ne, bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Miträtseln. Und sag mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Tschüss!